Und herzlich Willkommen zu Forrest. Ähm, was ist das denn hier? Der Schatten wandert einfach. Gut, wir hatten ja... Was haben wir eigentlich im Inventar? So. Also wir sind jetzt halbwegs gerüstet. Was noch? Achso. Ist der Hei... Eisbüro... Geil! Eis! Nice. Da sind eigentlich noch Fehlern dran. Gut, dann such ich mir jetzt mal. Wisst ihr was? Ich baue mir hier so ein bisschen was hin. So Schutz. Jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht wie lange wir dafür brauchen werden. Sind ja nur 157 Logs. Easy. Jetzt mal. 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 Dann leg mir hier. Hier. Wie gesagt, das sind unsere Festungen. Ich weiß nicht, ob ich mir die Bombe da hinten anfangen. Lange wie er nicht getötet wird. Ich bin hier. 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 Was? Die wieder weg? Gut Ja, sie ist weg Oder? Ja, wir können weiterholzen Guuuut Guck 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 Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauchen werde Hab ich eigentlich doch die... Ah Was für eine Idee Seht ihr nicht, ob das klappt? Guck Ich zieh jetzt einen Bäume hier weg, Rode Hm 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 Könnte halt die ganzen Bäume hier weg springen Ja K�St Guck 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein Einfach mal ganz in den Wald abgerodet, geil Ja, wie es flackert 9 Minuten haben wir Ja, Ilse Schöne mal eine Katze, die versaut mir gerade die ganze Aufnahme Ja Ich glaube Wir schaffen diese Aufnahme nichts mehr Habe ich so den Eindruck Aber wir sind zum Glück Im Haus sicher Hä Wo Wo ist Äh Äh Ich hatte doch hier Ähm Lager vorhin gebaut Hm Krise Die wieder weg Das heißt Wir können weiter bauen Ich versuche halt komplett meine Festung dahin zu bauen Alter wie viele Bäume hier liegen What 저 warum stehen wir liegen naja die tür ist schon mal fertig ja wie gesagt die aufnahmen sind immer so zeitversetzt es hat einen grund weil ich ja die von der aufnahmen verschieden mache wenn es muss ich klaus noch gar nicht kommt junge junge ja 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 doch ich spreche mit der katze ich habe sie versammelt mir jetzt nicht die aufnahme ich will jetzt nicht zwingend abbrechen die laufen dahin gut ich möchte mir da einfach nur so eine festung bauen könnte ja echt den ganzen baum ganzen wald abrunden wir müssen jetzt mal sticky sammeln damit wir hier so oh geil das wusste ich jetzt gar nicht das ist ja geil das wusste ich gar nicht das ist ja cool naja hier liegen noch so viele baumstämmen also mit dynamit kriegt man viel mehr ähm ich brauche jetzt mal gleich ein lagerfeuer oh huh ah ah nein 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 huh Wohin gesehen, wohin gesehen, scheiße. Sie sieht so unfassbar hässlich aus. Hä? Äh, hä hä hä. So, so kannst du mich gar nicht beeindrucken. Und so soll ich mir was anziehen hier. Ich speichere mal. Ich speichere mal. Was? Ich kann nicht drücken. Ich speichere mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Oh Mann. Die Aufnahme ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen. Und ich seh mal zu, wie ich die anderen Mutanten hier loswerde. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch viel Spaß mit. Ich hoffe, es gefällt euch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.